Hier ist der Elektron Rammstein-Fan In his caravan, it's the future man Lethead Was heißt Let? Ich weiß es nicht Selbstbewusstsein ist kein Wunder, Eleanor Es ist ein Trick der Gene Eine endlose innere Leier, die ständig fragt, was ist für mich drin? Ich hätte gerne Sinn los Um der Welt zu dienen, müssen wir taube werden gegen das Selbst Bist du bereit? Oh, guck mal Also, hör mir nicht mehr zu Hör mir nicht mehr zu Nicht zuhören Schwierig, nicht wahr? Oh mein Gott Worte sind oft nur ein Schleier, ein Tarnanstrich Spiel diese Aufnahme ab, bis du die Worte nicht mehr hörst Dann wirst du die Menschen vielleicht so sehen, wie sie wirklich sind Bämst! Alter! Das war nicht schön von mir Das gebe ich gern zu Aber hey, sie haben's verdient Daneben Das war auch nicht schön von mir, aber nur weil ich daneben gezielt hab Äh, du hast dich schön dazwischen geworfen, Mädchen Oh, da-da-da-da-da-da-da-da-da, genau, jetzt musst du natürlich nachladen Scheiße Bäm, gewonnen! Das ist gut. Das ist gut gewonnen. Bäm, aufgespießt, tot. Schockgewehr. Ich schob mir zu viel Munition. Das wollen wir doch mal ändern. Äh. Was? Man kann nur 24 Schuss? Oh Gott, bescheuert Zahl. Okay. Ich hab dich... Hab ich dich erwischt? Ach, egal. Hab ich dich... Ich hab dich scheinbar irgendwo erwischt. Ähm, hier hab ich dich... Au, das tat scheinbar weh. Ich hab dich zweimal getroffen. Wo ist die Frau hin? Wow, okay, hier ist Eis. Ein Glück hab ich das Ding aufbewahrt. Und ich hör einen Big Daddy. Das heißt, ich hab's da für Munition und, äh, Gesundheit. Das heißt, der Big Daddy wird zweit hin, dass ich, ähm, wenn ich ihn irgendwo zu Gesicht bekomme. Und hier ist irgendwo eine Sicherheitskamera. Oh mein Gott, hier sind nicht nur eine... Hier ist nicht nur eine Sicherheitskamera. Oh, verfickt. Was hab ich denn hier noch... Oh, geil, Alter. Wo ist denn erstmal der Big Daddy? Den mach ich jetzt erstmal kalt. Jetzt mal noch ein Speicherer. Der hat's erstmal verdient, der Big Daddy. Da ist er. Da ist sie. Schnapp sie dir. Okay, jetzt erstmal nur die Spicer. Kein alter Kumpel von dir. Nö, nö. Wieso ist du mir nicht recht im Ost, dass der... Ah, weil recht im Ost, dass Plasmita einsetzen ist. Löde Frage. Brennen wir, ja? Hat er dich verbrannt? Hat er dich verbrannt? Arschloch. Ich war ganz kurz ein Supi. So, dann kann ich noch sagen... Der Game must go on. Ne, Quatsch. Ähm... Kann ich noch sagen... Gute Nacht, Big Daddy. Ich hoffe, ich krieg dich jetzt gebrochen. Sorry. Kurze Störung. Okay, und... Brenn! Fossverschrot. Brenn doppelt. Oh, verdammt, Alter. Nein, ich brauche, ich brauche, ich brauche, ich brauche. Oh, scheiße, 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 scheiße. Erstmal Elektro. Erstmal Elektro. Und stören. Ja. Gut. Gestörter. Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Bleibst du stehen? Oh mein Gott, bleib stehen. Bleib stehen. Greif mich ja nicht an, mein Freund. Greif mich nicht an. Oh, fuck. Okay. Aber der hat eigentlich keine Chance. Der dürfte eigentlich keine Chance... Boah, das war knapp. Das war verfehlend knapp. Der dürfte eigentlich keine Chance haben. Vorstellungskamera kann ich nicht mehr. Verdammt. Oh, jetzt kann ich mir aber eigentlich Zeit lassen. Was heißt da Zeit lassen? Ach, guck mal, er hängt. Ach, wie süß. Oh, er versucht rauszukommen. Ist das so niedlich. Oh, er ist rausgekommen. Nicht so niedlich. Geschafft. Der war kein Problem. Äh, wo ist der denn? Ja, Gott. Ich will nicht adoptieren. Bleib doch stehen. Gleich wieder neu, ja, Daddy. Oh, clever. Du lässt sie arbeiten und kassierst das ganze Adam. Aber du bist ja eine Arme. Ha! Hatte ich ein Glück! Also soll's mir recht sein. Hatte ich ein Glück, dass das Ding mich nicht gefilmt hat. Oh mein Gott. Okay. Sicherheitsbonus. Doppelt so viel Munition bei zerstörten Maschinen. Das ist geil. Wenn ich da hochkommen würde, wäre es noch geiler. Okay, ist gar nichts drin. Klasse. Okay. Okay, mein Engel. Standgeschütze habe ich. Noch zwei Stück. Geht ihr euch mal hin. Die brauche ich ja sonst nie. So. Fallnieten habe ich, glaube ich, auch genug. Ja. Habe ich hier mal. Hier war es vier Stück hin. Drei. Vier. Und noch eine. Zack. Hier hin. Kommen die noch von anderen Seiten vielleicht? Werden sie sicherlich kommen. Aber immerhin ist die Flanke geschützt. So, okay. Dann baue ich hier Antipersonenmunition. Ich habe noch 20 Schuss. Normaler Schrot. Harpunen. Ist leer. Und Bohrer ist komplett voll. Okay. Wir haben es gefunden. Ja. Das war auch nicht sehr schwer. Okay. Samleite. Hier kommt B. Wieso nicht V? V ist komplett ohne Funktion. Und ist, äh, links neben B. Und der ist, der ist gleich tot. Bleib mal stehen hier. Du scheiß Missgeburt. Spice-Gleiser. Na, warte, du Bastard. Lass mein Baby in Ruhe. Lass alle mein Baby in Ruhe. Ab geht er, der Peter. Alter, wie jetzt? Ich kann so... Wopala. Alter. Ich kann solche Houdini-Splice auch mit dem Bohr-Warsprung ausschalten. Das sah jetzt halbwegs normal aus. Okay. Das sind zwei. Feige Bastarde. Na, wartet. Na, wartet. Himmel? Oh mein Gott. Tschüss. Und... Das kannst du laut sagen. Ich hab dann... Oh nee, bleibst du mal stehen? Schnauze jetzt hier zwei. Das hast du verdient. Alter. Sag mal. Find ich noch irgendwas an dir oder was? Heftig! 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 Komm, meine Kleine. Hätte ich nicht gedacht. Äh, ich hab mich aber als selten blöde Skala angestellt. Oh, was soll das? Ich hoffe, ich komm da wieder irgendwie hoch und kann meine Sperre wieder alle aufsammeln. Raketsperre, na klasse, die habe ich davor gebraucht. Oh nee. Da blitzt noch was. Da blitzen noch ein paar Dinge. Und hier komm ich hoch. Geil. Cool. Äh, was liegt hier? Oh, ein Haken. Cool. Ein Haken. Oh mein Gott. Ey, voll das Schlachthaus hier. Leckt mich. Krank. Also hier hab ich aufgeräumt. Hier ist ja wohl das liebeste Schlachthaus. Mal gucken. Oh, ah, voll im rechten Auge. Ei, 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 ei. Das tut mir aber leid. Hier noch ein Speer. Den hab ich. Oh, das will ich gar nicht sehen. Oh, krass. Auch schön im Kopf erwischt. Oh, krass. Oh mein Gott. Und die hab ich voll am Arm erwischt. Oh, heftig. Ja, okay. Aber da konnte ich doch nichts für. Da ich ziemlich viel Adam hab, lass ich die Kleine jetzt schon frei. Oh, der ist einfach nicht verabschiedein. Oh, okay. Oh, das ist ja auch.